20. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Einer Weihnacht, Lust und Gefahr von Peter Rosegger In unserer Stube, an der mit grauem Lehm übertünchten Ofenmauer, stand ja aus, ja ein ein Schemel aus Ahornholz. Er war immer glatt und rein gescheuert, denn er wurde, wie die anderen Stubengeräte, jeden Samstag mit feinem Bachsande und einem Strohwisch abgerieben. In der Zeit des Frühlings, des Sommers und des Herbstes stand dieser Schemel leer und einsam in seinem Winkel. Nur zur Adventzeit zog ihn die Ahne etwas weiter hervor, kniete auf denselben hin und verrichtete ihr Abendgebet. Als aber der Spätherbst kam mit den langen Abenden, an welchen die Knechte in der Stube aus Kienscheitern Leuchtspäne kloben und die Mägde, so wie auch meine Mutter und Ahne, Wolle und Flachsspannen, und als die Adventzeit kam, in welcher an solchen Spahn- und Spinnabenden alte Märchen erzählt und geistliche Lieder gesungen wurden, da saß ich beständig auf dem Schemel am Ofen. Aber die langen Adventnächte waren bei uns immer sehr kurz. Bald nach zwei Uhr begann es im Hause, unruhig zu werden. Oben auf dem Dachboden hörte man die Knechte, wie sie sich ankleideten und umhergingen, und in der Küche brachen die Mägde Späne ab und schürten am Herde. Dann gingen sie alle auf die Tenne zum Dreschen. Auch die Mutter war aufgestanden und hatte in der Stube Licht gemacht. Bald darauf erhob sich der Vater, und sie zogen Kleider an, die nicht ganz für den Werktag und auch nicht ganz für den Feiertag waren. Dann sprach die Mutter zur Ahne, die im Bette lag, einige Worte, und wenn ich, erweckt durch die Unruhe, auch etwas sagte, so gab sie mir zur Antwort, »Sei du nur schön still und schlaf!« Dann zündeten meine Eltern eine Laterne an, löschten das Licht in der Stube aus und gingen aus dem Hause. Ich hörte noch die äußere Türe gehen, und ich sah an den Fenstern den Lichtschimmer vorüberflimmern, und ich hörte das Ächzen der Tritte im Schnee, und ich hörte noch das Rasseln des Kettenhundes. Dann wurde es ruhig, nur war das dumpfe, gleichmäßige Pochen der Drescher zu vernehmen, dann schlief ich wieder ein. Der Vater und die Mutter gingen in die mehrere Stunden entfernte Pfarrkirche zur Rorate. Ich träumte ihnen nach, ich hörte die Kirchenglocken, ich hörte den Ton der Orgel und das Adventlied, »Maria, sei gegrüßet, du Lichter Morgenstern!« Und ich sah die Lichter am Hochaltare, und die Engelein, die über demselben standen, breiteten ihre goldenen Flügel aus und flogen in der Kirche umher, und einer, der mit der Posaune über dem Predigtstuhl stand, zog hinaus in die Heiden und in die Wälder und blies es durch die ganze Welt, daß die Ankunft des Heilandes nahe sei. Als ich erwachte, strahlte die Sonne schon lange zu den Fenstern herein, und draußen flimmerte der Schnee, und die Mutter ging wieder in der Stube umher und war in Werktagskleidern und tat häusliche Arbeiten. Das Bett der Ahne, neben dem meinigen, war auch schon geschichtet, und die Ahne kam nun von der Küche herein und half mir die Höschen anziehen und wusch mein Gesicht mit kaltem Wasser, daß ich aus Empfindsamkeit zugleich weinte und lachte. Als dieses geschehen war, kniete ich auf meinen Schemel hin und betete mit der Ahne den Morgensegen. In Gottes Namen aufstehen, gegen Gott gehen, gegen Gott treten, zum himmlischen Vater beten, daß er uns verleih, lieb Engelein drei, der Erste, der uns weist, der Zweite, der uns speist, der Dritte, der uns behilft und bewahrt, daß uns an Leib und Seel nichts widerfahrt. Nach dieser Andacht erhielt ich meine Morgensuppe, und nach derselben kam die Ahne mit einem Kübel Rüben, die wir nun zusammen zu schälen hatten. Ich saß dabei auf meinem Schemel. Aber bei dem Schälen der Rüben konnte ich die Ahne nie vollkommen befriedigen. Ich schnitt stets eine zu dicke Schale, ließ sie aber stellenweise doch wieder ganz auf der Rübe. Wenn ich mich dabei gar in den Finger schnitt und gleich zu weinen begann, so sagte die Ahne immer sehr unwirsch, »Mit dir ist's wohl ein rechtes Kreuz. Man soll dich frei hinauswerfen in den Schnee.« Dabei verband sie mir die Wunde mit unsäglicher Sorgfalt und Liebe. So vergingen die Tage des Advents, und ich und die Ahne sprachen immer häufiger und häufiger von dem Weihnachtsfeste und von dem Christkinde, das nun bald kommen werde. Je mehr wir dem Feste nahten, um so unruhiger wurde es im Hause. Die Knechte trieben das Vieh aus dem Stalle und gaben frische Streu hinein und stellten die Barren und Krippen zurecht. Der Halterbub striegelte die Ochsen, daß sie ein glattes Aussehen bekamen. Der Futterbub mischte mehr Heu in das Stroh als gewöhnlich und bereitete davon einen ganzen Stoß in der Futterkammer. Die Kuhmarkt tat das Gleiche. Das Dreschen hatte schon einige Tage früher aufgehört, weil man durch den Lärm die nahen Feiertage zu entheiligen glaubte. Im ganzen Hause wurde gewaschen und gescheuert. Selbst in die Stube kamen die Mägde mit ihren Wasserkübeln und Strohwischen und Besen hinein. Ich freute mich immer sehr auf dieses Waschen, weil ich es gern hatte, wie alles drunter und drüber gekehrt wurde, und weil die heiligen Bilder im Tischwinkel, die braune Schwarzwälderuhr mit ihrer Metallschelle und andere Dinge, die ich immer sonst nur von der Höhe zu sehen bekam, herabgenommen und mir näher gebracht wurden, so daß ich alles viel genauer betrachten konnte. Freilich war mir nicht erlaubt, dergleichen Dinge anzurühren, weil ich noch zu ungeschickt und unbesonnen dafür wäre und die Gegenstände leicht beschädigen könne. Aber es gab doch Augenblicke, da man im eifrigen Waschen und Reiben nicht auf mich achtete. In einem solchen Augenblicke kletterte ich einmal über den Schemel auf die Bank und von der Bank auf den Tisch, der aus einer gewöhnlichen Stellung gerückt war und auf dem die Schwarzwälderuhr lag. Ich machte mich an die Uhr, von der die Gewichte über den Tisch hingen, sah durch ein offenes Seitentürchen in das messingende, sehr bestaubte Räderwerk hinein, tüpfte einige Mal an die kleinen Blätter des Windrädchens und legte die Finger endlich selbst an das Rädchen, ob es denn nicht gehe. Aber es ging nicht. Zuletzt rückte ich auch ein wenig an einem Holzstäbchen und als ich das tat, begann es im Werk fürchterlich zu rasseln. Einige Räder gingen langsam, andere schneller und das Windrädchen flog, daß man es kaum sehen konnte. Ich war unbeschreiblich erschrocken. Ich kollerte vom Tisch über Bank und Schemel auf den nassen, schmutzigen Boden hinab, da faßte mich schon die Mutter am Röcklein. Das Rasseln in der Uhr wollte gar nicht aufhören und zuletzt nahm mich die Mutter mit beiden Händen und trug mich in das Vorhaus und schob mich durch die Tür hinaus in den Schnee und schlug die Türe hinter mir zu. Ich stand wie vernichtet da. Ich hörte von innen noch das Greinen der Mutter, die ich sehr beleidigt haben mußte und ich hörte das Scheuern und Lachen der Mägde und noch immer das Rasseln der Uhr. Als ich eine Weile dagestanden und geschluchzt hatte und als gar niemand gekommen war, der Mitleid mit mir gehabt hätte, ging ich nach dem Pfade, der in den Schnee getreten war, über den Hausanger und über das Feld dem Walde zu. Ich wußte nicht, wohin ich wollte, dachte auch nicht weiter daran. Aber ich war noch nicht zu dem Walde gekommen, als ich hinter mir ein grelles Pfeifen hörte. Das war das Pfeifen der Ahne. »Wo willst du denn hin, du dummes Kind?« rief sie. »Wart, wenn du so im Wald herumlaufen willst, so wird dich schon die Mooswaberl abfangen. Wart nur!« Auf dieses Wort kehrte ich augenblicklich um gegen das Haus, denn die Mooswaberl fürchtete ich sehr. Ich ging aber immer noch nicht hinein. Ich blieb im Hofe stehen, wo der Vater und zwei Knechte gerade ein Schwein aus dem Stalle zogen, um es abzustichen. Über das Ohren zerreißende Schreien des Tieres und über das Blut, das ich nun sah und das eine Magd in einem Topf aufhing, vergaß ich das Vorgefallene, und als der Vater im Vorhaus das Schwein abhäutete, stand ich schon wieder dabei und hielt die Zipfel der Haut, die er mit einem großen Messer von dem speckigen Fleisch immer mehr und mehr los trennte. Als später die Eingeweide herausgenommen waren und die Mutter Wasser in das Becken goß, sagte sie zu mir, »Geh weg da, sonst wirst du ganz angespritzt.« Aus diesen Worten entnahm ich, daß die Mutter mit mir wieder versöhnt sei, und nun war alles gut, und als ich in die Stube kam, um mich zu erwärmen, stand da alles an seinem gewöhnlichen Platz. Boden und Wände waren noch feucht, aber rein gescheuert, und die Schwarzwälder Uhr hing wieder an der Wand und tickte. Und sie tickte viel lauter und heller durch die neu hergestellte Stube als früher. Endlich nahm das Waschen und Reiben und Glätten ein Ende. Im Hause wurde es ruhiger, fast still, und der heilige Abend war da. Das Mittagsmahl am heiligen Abend wurde nicht in der Stube eingenommen, sondern in der Küche, wo man das Nudelbrett als Tisch eignete und sich um dasselbe herumsetzte und das einfache Fastengericht still, aber mit gehobener Stimmung verzehrte. Der Tisch in der Stube war mit einem schneeweißen Tuche bedeckt, und vor dem Tische stand mein Schemel, auf welchen sich zum Abend, als die Dämmerung einbrach, die Ahne hinkniete und still bietete. Mägde gingen leise durch das Haus und bereiteten ihre Festtagskleider vor, und die Mutter tat in einen großen Topf Fleischstücke, goss Wasser daran und stellte ihn zum Herdfeuer. Ich schlich in der Stube auf den Zehenspitzen herum und hörte nichts als das lustige Prasseln des Feuers in der Küche. Ich blickte auf meine Sonntagshöschen und auf das Jöppel und auf das schwarze Filzhütlein, das schon an einem Nagel an der Wand hing, und dann blickte ich durch das Fenster in die hereinbrechende Dunkelheit hinaus. Wenn kein ungünstiges Wetter eintrat, so dürfte ich in der Nacht mit dem Großknecht in die Kirche gehen, und das Wetter war ruhig, und es würde auch, wie der Vater sagte, nicht allzu kalt werden, weil auf den Bergen Nebel liege. Unmittelbar vor dem Rauchen gehen, in welchem Haus und Hof nach alter Sitte mit Weihwasser und Weihrauch besegnet wird, hatten der Vater und die Mutter einen kleinen Streit. Die Mooswaber war da gewesen, hatte glückselige Feiertage gewünscht, und die Mutter hatte ihr für den Festtag ein Stück Fleisch geschenkt. Darüber war der Vater etwas ungehalten, er war sonst ein Freund der Armen und gab ihnen nicht selten mehr, als unsere Verhältnisse es erlauben wollten, aber der Mooswaberl sollte man seiner Meinung nach kein Almosen reichen. Die Mooswaberl war ein Weib, das gar nicht in die Gegend gehörte, das unbefugt in den Wäldern umherstrich, Moos und Wurzeln sammelte, in halbverfallenen Köhlerhütten Feuer machte und schlief. Daneben zog sie bettelnd zu den Bauernhöfen, wollte Moos verkaufen, und da sie keine Geschäfte machte, verfluchte sie das Leben. Kinder, die sie ansah, fürchteten sich entsetzlich vor ihr, und viele wurden krank. Kühen tat sie an, daß sie rote Milch gaben. Wer ihr eine Wohltat erwies, den verfolgte sie einige Minuten und sagte ihm, »Tausend und tausend vergelt's Gott bis in den Himmel hinaus!« Wer sie aber verspottete oder sonst auf irgendeine Art beleidigte, zudem sagte sie, »Ich bete dich hinab in die untersten Höllen!« Die Mooswaberl kam oft zu unserem Hause und saß gern vor demselben auf dem grünen Rasen oder auf dem Querbrett der Zaunstiegel, trotz des heftigen Bellens und Rasselns unseres Kettenhundes, der sich gegen dieses Weib besonders unbändig zeigte. Aber die Mooswaberl saß so lange vor dem Haus, bis die Mutter ihr eine Schale Milch oder ein Stück Brot oder beides hinaustrug. Meine Mutter hatte es gern, wenn das Weib sie durch ein tausendfaches Vergeltsgott bis in den Himmel hinauf wünschte. Der Vater legte dem Wunsch dieser Person keinen Wert bei, war er ein Segensspruch oder ein Fluch. Als man draußen in einem Dorfe vor Jahren das Schulhaus baute, war dieses Weib mit dem Manne in die Gegend gekommen und hatte bei dem Baue mitgeholfen, bis er bei einer Steinspringung getötet wurde. Seit dieser Zeit arbeitete sie nicht mehr und zog auch nicht fort, sondern trieb sich herum, ohne daß man wußte, was sie tat und was sie wollte. Zum Arbeiten war sie nicht mehr zu bringen, sie schien geisteskrank zu sein. Der Richter hatte die Mooswerberl schon mehrmals aus der Gemeinde gewiesen, aber sie war immer wieder zurückgekommen. Sie würde nicht immer zurückgekommen sein, sagte mein Vater, wenn sie in dieser Gegend nichts gebettelt bekäme. So wird sie hier verbleiben und wenn sie alt und krank ist, müssen wir sie auch pflegen. Das ist ein Kreuz, welches wir uns selbst an den Hals gebunden haben. Die Mutter sagte nichts zu solchen Worten, sondern gab der Mooswerberl, wenn sie kam, immer das gewohnte Almosen und heute noch etwas mehr zu Ehren des Hohen Festes. Darum also war der kleine Streit zwischen Vater und Mutter gewesen, der aber also gleich verstummte, als zwei Knechte mit dem Rauch- und Weihwassergefäß in das Haus kamen. Nach dem Rauchen stellte der Vater ein Kerzenlicht auf den Tisch, Späne durften heute nur in der Küche gebrannt werden. Das Nachtmahl wurde schon wieder in der Stube eingenommen. Der Großknecht erzählte während desselben Weihnachtsgeschichten. Nach dem Abendmahle sang die Mutter ein Hirtenlied. So wonnevoll ich sonst diesen Liedern lauschte, aber heute dachte ich nur immer an den Kirchgang und wollte durchaus schon das Sonntagskleidchen anziehen. Man sagte, es sei noch später Zeit dazu, aber endlich gab die Ahne meinem Drängen doch nach und zog mich an. Der Stallknecht kleidete sich sehr sorgsam in seinen Festtagsstaat, weil er nach dem Mitternachtsgottesdienst nicht nach Hause gehen, sondern im Dorfe den Morgen abwarten wollte. Gegen neun Uhr waren auch die anderen Knechte und Märkte bereit und zündeten am Kerzenlicht eine Spanlunte an. Ich hielt mich an den Großknecht und meine Eltern und meine Großmutter, welche daheim blieben, um das Haus zu hüten, besprengten mich mit Weihwasser und sagten, daß ich nicht fallen und nicht erfrieren möge. Dann gingen wir. Es war sehr finster, und die Lunte, welche der Stallknecht vorantrug, warf ihr rotes Licht in einer großen Scheibe auf den Schnee und auf den Zaun und auf die Sträucher und Bäume, an denen wir vorüberkamen. Mir kam dieses rote Leuchten, das zudem noch durch die großen Schatten unserer Körper unterbrochen war, grauenhaft vor, und ich hielt mich sehr ängstlich an den Großknecht, so daß dieser einmal sagte, »Aber hörst, meine Joppe mußt du mir lassen. Was tät ich denn, wenn du sie mir abrißest?« Der Pfad war eine Zeit lang sehr schmal, so daß wir hintereinander gehen mußten, wobei ich nur froh war, daß ich nicht der Letzte war, denn ich bildete mir ein, daß dieser unbekannten Gefahren ausgesetzt sein müsse. Eine schneidende Luft ging, und die glimmenden Splitter der Lunte flogen weithin, und selbst als sie auf die harte Schneekruste niederfielen, glimmten sie noch eine Weile fort. Wir waren bisher über Blößen und durch Gesträuche und Wälder abwärts gegangen, jetzt kamen wir zu einem Bache, den ich sehr gut kannte, er floß durch die Wiese, auf welcher wir im Sommer das Heu machten. Im Sommer rauschte dieser Bach schön, aber heute hörte man nichts, weil er überfroren war. Auch an einer Mühle kamen wir vorüber, an welcher ich heftig erschrak, weil einige Funken auf das Dach flogen, aber auf dem Dache lag Schnee und die Funken erloschen. Endlich verließen wir den Bach, und der Weg führte aufwärts durch Wald, in welchem der Schnee seicht lag, aber auch keine feste Kruste hatte. Dann kamen wir zu einer breiten Straße, wo wir nebeneinander gehen konnten, und wo wir dann und wann ein Schlittengeschelle hörten. Dem Stallknecht war die Lunte bereits bis zu der Hand herabgebrannt, und er zündete eine neue an, die er vorrätig hatte. Auf der Straße sah man jetzt auch andere Lichter, große rote Fackeln, die heran loderten, als schwemmen sie allein in der schwarzen Luft, und hinter denen nach und nach ein Gesicht und mehrere Gesichter auftauchten, von Kirchengehern, die sich nun auch zu uns gesellten. Und wir sahen Lichter von anderen Bergen und Höhen, die noch so weit entfernt waren, daß wir nicht erkennen konnten, ob sie standen oder sich bewegten. So gingen wir weiter. Der Schnee knirschte unter unseren Füßen, und wo ihn der Wind weggetragen hatte, da war der schwarze, nackte Boden so hart, daß unsere Schuhe an ihm klangen. Die Leute sprachen und lachten viel, aber mir war, als sei das in der Heiligen Christnacht nicht recht. Ich dachte nur immer schon an die Kirche und wie das doch sein werde, wenn mitten in der Nacht Musik und ein Hochamt ist. Als wir eine lange Weile auf der Straße fortgegangen und an einzelnen Bäumen und an Häusern vorüber und dann wieder über Felder und durch Wald gekommen waren, hörte ich auf den Baumwipfeln plötzlich ein Klingen. Als ich horchen wollte, hörte ich es nicht, bald aber wieder und deutlicher als das erste Mal. Es war der Ton des kleinen Glöckleins vom Turme der Kirche. Die Lichter, die wir auf den Bergen und dem Tale sahen, wurden immer häufiger und alle schwammen der Kirche zu. Auch die ruhigen Sterne der Laternen schwebten heran, und auf der Straße wurde es immer lebhafter. Das kleine Glöcklein wurde durch ein Größeres abgelöst, und das läutete so lange, bis wir fast nahe der Kirche kamen. Also war es doch wahr, wie die Ahne gesagt hatte, um Mitternacht fangen die Glocken zu läuten an und läuten so lange, bis aus fernen Tälern der letzte Bewohner der Hütten zur Kirche kommt. Die Kirche steht auf einem mit Birken und Schwarztannen bewachsenen Berglein, und um sie liegt der kleine Friedhof, welcher mit einer niederen Mauer umgeben ist. Die wenigen Häuser stehen alle im Tale. Als die Leute an die Kirche gekommen waren, steckten sie ihre Lunden umgekehrt in den Schnee, das sie erloschen. Nur eine wurde zwischen zwei Steine der Friedhofmauer geklemmt und brennen gelassen. Jetzt klang auf dem Turme in langsamem, gleichmäßigem Wiegen schon die große Glocke. Aus den schmalen, hohen Kirchenfenstern fiel heller Schein. Ich wollte in die Kirche, aber der Großknecht sagte, es habe noch Zeit, und er blieb stehen und sprach und lachte mit anderen Burschen und stopfte sich eine Pfeife an. Endlich klangen alle Glocken zusammen, in der Kirche begann die Orgel zu tönen und nun gingen wir hinein. Das sah ganz anders aus wie an den Sonntagen. Die Lichter, die auf dem Altare brannten, waren hellweiße, funkelnde Sterne und der vergoldete Tabernakel strahlte herrlich zurück. Die Lampe des ewigen Lichtes war rot. Der obere Raum der Kirche war so dunkel, daß man die schönen Verzierungen des Schiffes kaum sehen konnte. Die dunklen Gestalten der Menschen saßen in den Stühlen oder standen neben denselben, die Weiber waren sehr in Tücher eingeschlagen und husteten. Viele hatten Kerzen vor sich brennen und sangen aus ihren Büchern mit, als auf dem Chore das Tedeum ertönte. Der Großknecht führte mich durch die zwei Reihen der Stühle gegen einen Nebenaltar, wo schon mehrere Leute standen. Dort hob er mich auf einen Schemel zu einem Glaskasten empor, der, von drei Kerzen beleuchtet, zwischen zwei aufgesteckten Tannenwipfeln stand und den ich früher, wenn ich mit den Eltern in die Kirche kam, nie gesehen hatte. Als mich der Großknecht auf den Schemel gehoben hatte, sagte er mir leise ins Ohr, »So, jetzt kannst das Krippel anschauen!« Dann ließ er mich stehen und ich schaute durch das Glas. Da kam ein Weiblein zu mir herbei und sagte leise, »Wenn du das anschauen willst, so muß dir's auch jemand auslegen!« Und sie erklärte mir die Dinge, die im Kasten waren. Außer der Mutter Maria, die über den Kopf ein blaues Tuch geschlagen hatte, das bis zu den Füßen hinabhing, waren alle Gestalten so gekleidet wie ältere Bauern. Der heilige Josef selbst trug grüne Strümpfe und eine lederne Kniehose. Und in der Krippe lag das nackte Kindlein. Als das Dedeum zu Ende war, kam der Großknecht wieder, hob mich von dem Schemel und wir setzten uns in einen Stuhl. Dann ging der Kirchenmann herum und zündete alle Kerzen an, die in der Kirche waren, und jeder Mensch, auch der Großknecht, zog nun ein Kerzlein aus dem Sack und zündete es an und klebte es vor sich auf die Bank. Jetzt war es so hell in der Kirche, daß man auch die Verzierungen an der Decke schön sehen konnte. Auf dem Chore stimmte man Geigen und Trompeten und Pauken, und als an der Sakristeitür das Glöcklein klang und der Pfarrer in strahlendem Beßkleide, begleitet von Ministranten und rotbemäntelten Windlichtträgern, über den purpurnen Fußteppich zum Altare ging, da rauschte die Orgel in ihrem ganzen Vollklang, da wirbelten die Pauken und schmetterten die Trompeten. Weihrauch stieg auf und hüllte den ganzen lichtstrahlenden Hochaltar in einen Schleier. So begann das Hochamt und so strahlte und tönte und klang es um Mitternacht. Beim Offertorium waren alle Instrumente still, nur zwei helle Stimmen sangen ein liebliches Hirtenlied und während des Benediktus jodelten eine Klarinette und zwei Flügelhörner langsam und leise den Wiegengesang. Während des letzten Evangeliums hörte man auf dem Chore den Kuckuck und die Nachtigall, wie mitten im sonnigen Frühling. Tief nahm ich sie auf in meine Seele, die wunderbare Heiligkeit der Christnacht. Aber ich jauchzte nicht vor Entzücken, ich blieb ernst, ruhig und fühlte die Weihe. Und während die Musik tönte, dachte ich an Vater und Mutter und Großmutter daheim. Die knien jetzt um den Tisch bei dem einzigen Kerzenlichtlein und beten oder sie schlafen und es ist finster in der Stube und nur die Uhr geht und es liegt tiefe Ruhe über den waldigen Bergen und die Christnacht ist ausgebreitet über die ganze Welt. Als das Amt seinem Ende nahte, erloschen nach und nach die Kerzlein in den Stühlen und der Kirchenmann ging wieder herum und dämpfte mit seinem langgestielten Blechkäppchen an den Wänden und Bildern und Altären und es duftete das Wachs der ausgelöschten Lichter. Die Hochaltare brannten noch, als auf dem Chore der letzte freudenreiche Festmarsch erscholl und sich die Leute aus der Kirche drängten. Als wir in das Freie kamen, war es trotz des dichten Nebels, der sich von den Bergen niedergesenkt hatte, nicht mehr ganz so finster wie vor Mitternacht. Es mußte der Mond aufgegangen sein, man zündete keine Fackeln mehr an. Es schlug ein Uhr, aber der Schulmeister läutete schon die Ave Maria-Glocke zum Christmorgen. Ich warf noch einen Blick auf die Kirchenfenster, aller Festglanz war erloschen, ich sah nur mehr den matten Schimmer des ewigen Lichtes. Als ich mich dann wieder an den Rock des Großknechtes halten wollte, war dieser nicht mehr da. Einige fremde Leute waren um mich, die miteinander sprachen und sich sofort auf den Heimweg machten. Mein Begleiter mußte schon voraus sein. Ich eilte ihm nach, lief schnell an mehreren Leuten vorüber, auf daß ich ihn bald einhole. Ich lief, so sehr es meine kleinen Füße konnten, ich kam durch den finsteren Wald und ich kam über Felder, über welche scharfer Wind blies, so daß ich, so warm mir sonst war, von Nase und Ohren fast nichts mehr wahrnahm. Die Leute, die früher noch auf der Straße gegangen waren, verloren sich nach und nach und ich war allein und den Großknecht hatte ich noch immer nicht erreicht. Ich dachte, daß er auch hinter mir sein könne und beschloss, geradeswegs nach Hause zu eilen. Auf der Straße lagen hier und da schwarze Punkte, Kohlen der Spanfackeln, welche die Leute auf dem Kirchwege abgeschüttelt. Die Gesträuche und Bäumchen, die neben dem Wege standen und unheimlich aus dem Nebel empor tauchten, beschloss ich gar nicht anzusehen, aber ich sah sie doch an, wendete meine Augen nach allen Seiten, ob nicht irgendwo ein Gespenst auf mich zukomme. Nun war ich zum Pfad gekommen, der mich von der Straße abwärts durch den Wald und in das jenseitige Tal führen sollte. Ich bog ab und eilte unter den langästigen Bäumen dahin. Die Wipfel rauschten und dann und wann fiel ein Schneeklumpen neben mir nieder. Stellenweise war es auch so finster, daß ich kaum die Stämme sah, wenn ich nicht an dieselben stieß und daß ich den Pfad verlor. Letzteres war mir ziemlich gleichgültig, denn der Schnee war sehr seicht, auch war anfangs der Boden hübsch glatt, aber allmählich begann er steil und steiler zu werden und unter dem Schnee war viel Gestrüppe und hohes Heidelkraut. Die Baumstämme standen nicht mehr so regelmäßig, sondern zerstreut, manche schiefhängend, manche mit aufgerissenen Wurzeln an anderen lehnend, manche mit wild und wirr aufragenden Ästen auf dem Boden liegend. Das hatte ich nicht gesehen, als wir aufwärts gingen. Ich konnte oft kaum weiter, ich mußte mich durch das Gesträuche und Geäste durchwinden. Oft brach der Schnee ein, die Besen des Heidekrautes reichten mir bis zur Brust heran. Ich sah ein, daß der rechte Weg verloren war, aber wär ich nur erst im Thale und bei dem Bache, dann ginge ich diesem entlang aufwärts, und da müßte ich endlich doch zur Mühle und zu unserer Wiese kommen. Schneeschollen fielen mir in das Rock sehr klein, Schnee legte sich an die Höschen und Strümpfe und das Wasser rann mir in die Schuhe hinab. Zuerst war ich durch das Klettern über das Gefälle und Winden durch das Gesträuche müde geworden, aber nun war auch die Müdigkeit verschwunden. Ich achtete nicht den Schnee und ich achtete nicht das Gesträuche, das mir oft Trau über das Gesicht fuhr, sondern ich eilte weiter. Fiel ich zu Boden, so raffte ich mich schnell auf. Auch alle Gespensterfurcht war weg, ich dachte an nichts als an das Tal und an unser Haus. Ich wußte nicht, wie lange ich mich so durch die Wildnis fortwand, aber ich fühlte mich flink, die Angst trieb mich vorwärts. Plötzlich stand ich vor einem Abgrund. In dem Abgrunde lag grauer Nebel, aus welchem einzelne Baumwipfel emportauchten. Um mich hatte sich der Wald gelichtet, über mir war es heiter und am Himmel stand der Halbmond. Mir gegenüber und weiter im Hintergrunde waren fremde, kegelförmige Berge. Unten in der Tiefe mußte das Tal mit der Mühle sein, mir war, als hörte ich das Tosen des Baches, aber das war das Windrauschen in den jenseitigen Wäldern. Ich ging nach rechts und links und suchte einen Fußsteig, der mich abwärts führe, und ich fand eine Stelle, an welcher ich mich über Gerölle, das vom Schnee befreit dalag und durch Wacholder Gesträuche hinablassen zu können vermeinte. Das gelang mir auch eine Strecke, doch noch zu rechter Zeit hielt ich mich an eine Wurzel, fast wäre ich über eine senkrechte Wand gestürzt. Nun konnte ich nicht mehr vorwärts. Ich ließ mich aus Mattigkeit zu Boden. In der Tiefe lag der Nebel mit den schwarzen Baumwipfeln. Außer dem Rauschen des Windes in den Wäldern hörte ich nichts. Ich wußte nicht, wo ich war. Wenn jetzt ein Reh käme, ich würde es fragen nach dem Weg, in der Christnacht reden ja Tiere menschliche Sprache. Ich erhob mich, um wieder aufwärts zu klettern, ich machte das Gerölle locker und kam nicht vorwärts. Mich schmerzten Hände und Füße. Nun zogen und undeutlich zurück. Dann hörte ich wieder nichts als das Rauschen. Der Frost schnitt mir in die Glieder. Nochmals rief ich mit aller Nacht den Namen des Großknechtes. Nichts als der langgezogene Widerhall. Nun überkam mich eine große Angst. Ich rief schnell hintereinander meine Eltern, meine Ahne, alle Knechte und Mägde unseres Hauses. Dann begann ich über das Gestein. Ich ging an der Wand hin und her. Ich betete zum heiligen Christkind, daß es mich erlöse. Der Mond stand hoch am dunklen Himmel. Endlich konnte ich nicht mehr weinen und beten, auch mich kaum mehr bewegen. Ich kauerte zitternd an einem Stein und dachte, nun will ich schlafen. Das ist alles nur ein Traum, und wenn ich erwache, bin ich daheim oder im Himmel. Da hörte ich ein Knistern über mir im Wacholder Gesträuche und bald darauf fühlte ich, wie mich etwas berührte und emporhob. Ich wollte schreien, aber ich konnte nicht, die Stimme war wie eingefroren. Aus Angst hielt ich die Augen fest geschlossen. Auch Hände und Füße waren mir wie gelähmt, ich konnte sie nicht bewegen. Mir kam vor, als ob sich das ganze Gebirge mit mir wiegte. Als ich zu mir kam und erwachte, war noch Nacht, aber ich hockte an der Tür meines Vaterhauses und der Kittenhund bellte heftig. Eine Gestalt hatte mich auf den festgetretenen Schnee gleiten lassen, pochte dann mit dem Ellbogen gewaltig an die Tür und eilte davon. Ich hatte diese Gestalt erkannt. Es war Worten auf mich zu, Jesus Christus, da ist er ja. Sie trug mich in die warme Stube, aber von dieser schnell wieder zurück in das Vorhaus, dort setzte sie mich auf einen Trog, eilte dann hinaus vor die Tür und machte durchdringende Pfiffe. Sie war ganz allein zu Hause. Als der Großknecht von der Kirche zurückgekommen war und mich daheim nicht gefunden hatte, und als auch die anderen Leute kamen und ich bei keinem war, gingen sie alle hinab in den Wald und in das Tal und jenseits hinauf zur Straße und nach allen Richtungen. Selbst die Mutter war mit gegangen und hatte überall, wo sie ging und stand meinen Namen gerufen. Nachdem die Ahne glaubte, daß es mir nicht mehr schädlich sein konnte, trug sie mich wieder in die warme Stube und als sie mir die Schuhe und Strümpfe auszog, waren diese ganz zusammen und fest an den Fuß gefroren. Hierauf eilte sie nochmals in das Freie und machte wieder ein paar Pfiffe und brachte dann in einem Kübel Schnee herein und stellte mich mit bloßen Füßen in diesen Schnee. Als ich in dem Schnee stand, war in den Zehen ein so heftiger Bald darauf strahlte die Morgenröte durch das Fenster und nun kamen nach und nach die Leute nach Hause zuletzt aber der Vater und zu allerletzt als schon die rote Sonnenscheibe über der Wechselalpe ausging und als die Ahne unzählige Male gepfiffen hatte kam die Mutter sie ging an mein Bettlein in welches ich gebracht worden war und an welchem der Vater saß sie war ganz heiser sie sagte daß ich nun schlafen solle und verdeckte das Fenster mit einem Tuche auf das mir die Sonne nicht in das Gesicht scheine aber der Vater meinte ich solle noch nicht schlafen er wolle wissen wie ich mich von dem Knechte entfernt ohne daß er es merkte und wo ich herum gelaufen sei ich erzählte wie ich den Pfad verloren hatte wie erzählte da sagte der Vater halblaut zu meiner Mutter weib sagen wir Gott Lob und Dank daß er da ist er ist auf der Trollwand gewiesen nach diesen Worten gab mir die Mutter einen Kuss auf die Wange wie sie nur selten tat und dann hielt sie die Schürze vor das Gesicht und ging davon ja du Donners Bub wie bist du denn heim gekommen fragte mich der Vater darauf meine Antwort daß ich das nicht wisse daß ich nach langem schlafen und wiegen auf einmal vor der Haustüre gewesen und daß die Mooswabe neben mir gestanden sei der Vater fragte mich noch einmal über diesen Umstand ich antwortete dasselbe nun sagte der Vater daß er in die Kirche zum Hochgottesdienst gehe weil heute der Christtag sei und daß ich schlafen solle ich mußte darauf viele Stunden geschlafen haben denn als ich erwachte war draußen Dämmerung und in der Stube war es fast finster neben meinem Bette saß die Ahne und nickte von der Küche herein hörte ich das Prasseln des Herdfeuers später als die Leute beim Abendmahle saßen war auch die Mooswaberl am Tisch auf dem Kirchhofe über dem Grabhügel ihres Mannes war sie während des Vormittags Gottesdienst gekauert da war nach dem Hochamte mein Vater zu ihr hingetreten und hatte sie mit in unser Haus genommen über die nächtliche Begebenheit brachte man nicht mehr von ihr heraus als daß sie im Walde das Christkind gesucht habe dann ging sie einmal zu meinem Bette und sah mich an und ich fürchtete mich vor ihren Blicken in dem hinteren Geschosse unseres Hauses war eine Kammer in welcher nur altes unbrauchbares Geräte und viel Spinnengewebe war diese Kammer ließ mein Vater der Moos Wabel zur Wohnung und stellte ihr einen Ofen und ein Bett und einen Tisch hinein und sie blieb bei uns oft strich sie noch in den Wäldern umher und brachte Moos heim dann ging sie wieder hinaus zur Kirche und saß auf dem Grabhügel ihres Mannes von dem sie nicht mehr fortzuziehen vermochte in ihre ferne Gegend in der sie wohl auch einsam und heimatlos gewesen wäre wie überall über ihre Verhältnisse war nichts Näheres zu erfahren wir vermuteten daß das Weib einst glücklich gewesen sein müsse und daß der Schmerz über den Verlust des Gatten ihr den Verstand geraubt und mit allem zufrieden lebte und niemandem das geringste Leid zufügte nur der Kettenhund wollte sie immer noch nicht sichern der bellte und zerrte überaus heftig an der Kette so oft sie über den Anger ging aber das war anders von dem Tiere gemeint als einmal die Kette riß stürzte der Hund auf die Mooswerberl zu sprang ihr winselnd an die Brust und leckte lust und gefahr von peter rosegger gelesen von carzon leckten